Yota in 60 Sekunden. Yota ist ein verteiltes Kontobuch oder auch Distributed Ledger. Das übliche Kürzel der Währung ist M-Iota oder Mega-Yota und Yota gibt es seit dem Jahr 2016. Was das Besondere an Yota? Yota nutzt keine klassische Blockchain, sondern eine DAG, eine Directed Acyclic Graph. Ich hoffe, ich habe das richtig ausgesprochen. Das kann man so deuten, dass es keinen einzelnen Strang an Informationen gibt wie bei der Blockchain, sondern viele parallele Linien, die dann punktuell wieder zusammengeführt werden. Umgangssprachlich wird hier auch häufig vom sogenannten Tangle gesprochen. Yota versteht sich selbst als Basissystem für das Internet der Dinge, kurz IoT. Und Yota ist kryptografisch quantensicher, soll also auch den Knackversuchen von Quantencomputern widerstehen können. Von Yota gibt es einen fixen Betrag von 2,78 Trilliarden Coins. Eine durchschnittliche Blockzeit gibt es in diesem Sinne nicht. Und Yota verwendet haschbasierte Signaturen. Hier besonders hervorzuheben die Winternet-Signatur, die Yota quantensicher macht. Weitere Informationen findet ihr auf der offiziellen Webseite oder bei Twitter und Reddit. Das war Yota in 60 Sekunden. Für weitere Videos abonniert gerne den Kanal, lasst auch gerne einen Daumen da, wenn euch das Video gefallen hat. Und schreibt mir unten in die Kommentare, welche Coins ich als nächstes vorstellen soll. Bis dahin, eine gute Zeit und ciao.